Es geht wieder in den Dschungel. Also fast. Fufis Film und Fernsehen in Serie. Heute mit viel Gesprächsbedarf, denn der RTL-Dschungel geht wieder los. Aber er ist Corona-bedingt ganz anders. Die gute Nachricht mal vorneweg. Wieder dabei sind Sonja Zietlow. Hallo. Und Daniel Hartwig. Hallo. Hallo ihr beiden. Dieses Mal wird es ja wegen Corona nicht im Dschungelcamp stattfinden in Australien. Trotzdem versprecht er uns ja einen richtig guten Dschungelbums. Worauf dürfen wir uns da jetzt genau freuen? Also konkret ist es natürlich nicht das klassische Dschungelcamp, weil wir nicht in Australien sind und weil wir auch nicht die Stars für Australien haben. Aber dafür hat natürlich RTL und wir ein schönes Konzept aufgestellt, beziehungsweise RTL hat das Konzept aufgestellt und wir sind mit dabei. Und wollen einfach, ja, so viel Dschungelfeeling wie möglich, würde ich mal sagen, hier nach Köln-Hürtt bringen. Und mit ein bisschen Sentimentalität und aber auch mit einem zwinkernden Auge auf 14 Staffeln Dschungelcamp. Ja. Lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden, bitte. Was genau passiert da? Ihr sucht, glaube ich, jemanden für die nächste Staffel dann, ne? Wir hauen heraus quasi ein Ticket für, ich bin als Star und mich heraus 2022, dann wieder, ich hoffe es doch, aus Australien. Auf jeden Fall Australien, auf jeden Fall. Und dafür vergeben wir ein Ticket. Also wir wissen quasi nach unserer Dschungelshow schon ein Teilnehmer vom Dschungel 2022. Und das müssen die sich natürlich verdienen. Und es gibt da zwölf Anwärter, die dieses goldene Ticket haben wollen. Ich glaube, sie haben sich fast alle selber beworben. Und der RTL hat angerufen und die haben nur die Nummer gesehen. Ja, haben sie gesagt. Mach ich. Und weil, ich meine, die richtigen Stars, die müssen sich ja nicht qualifizieren. Aber da muss ich ja wirklich, ich meine, das sind natürlich richtige Stars, aber ihr wisst schon, da muss ich, die müssen sich tatsächlich qualifizieren. Und einer wird uns dann den Aufenthalt im Dschungel 2022 versüßen. Mehr oder weniger. Jetzt klingt das ja alles wunderschön geschwurbelt, was ihr da erzählt. Aber ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten damit mir vorzustellen. Wie wollt ihr denn dieses Dschungelfeeling in ein Studio nach Köln verlegen? Na, wir reden ja bei dem Dschungelfeeling von unserer großen Dschungelshow. Wo wir ja zurückblicken auf die ganzen vielen schönen Staffeln, die wir schon hatten, mit Highlights aus all den Staffeln, mit Gästen und Kandidaten und Teilnehmern aus all diesen Staffeln. Da wird garantiert viel Dschungelgefühl aufkommen. Wir sind nun mal nicht in Australien am Lagerfeuer, sondern eben in Hürth bei Köln. Aber ich glaube, lustig wird es trotzdem. Aber bei den Prüfungen mag man bestimmt annehmen, dass da das ein oder andere Dschungelfeeling aufkommt. Ich befürchte es auch fast, Sonja. Ja, ich bin vor allem schon gespannt, was ihr euch einfallen lasst als Gegenstück, deutsches Gegenstück für die Känguruhoden. Aber man möchte es jetzt vielleicht auch gar nicht so genau wissen zu diesem Zeitpunkt. Jetzt ist für euch beide ja dieses Jahr auch alles anders. Normalerweise seid ihr down under vor Ort. Ihr seid völlig übermüdet. Was bricht für euch jetzt alles persönlich weg? Der bricht natürlich eine ganze Menge weg, ehrlich gesagt. Also nicht nur, also das ist auch für mich seit vielen Jahren das erste Mal wieder in Deutschland über Winter. Ihr macht das auch schon seit neun Jahren. So sieht es aus. Insofern, natürlich wird uns Australien fehlen, da jetzt irgendwie das Gegenteil zu behaupten. Und jetzt zu sagen, ist das schön, dass wir endlich mal eine Show aus Deutschland machen, das wäre natürlich geheuchelt. Natürlich wären wir gerne in Australien gewesen, das ist keine Frage. Also das wird mir auf jeden Fall fehlen. Da zählt eine ganze Menge dazu, da zählt das Land Australien zu, da zählen auch dieses herrliche Team, mit dem wir seit Jahren diese Show da machen zu. Da sind ja auch viele Bekanntschaften und Freundschaften entstanden. Natürlich werden die uns alle fehlen dieses Jahr. Und natürlich, wie gesagt, wäre es gelogen, wenn wir jetzt sagen würden, ach, es ist endlich ein Traum, wird wahr, wir dürfen mal eine Dschungelshow aus Hürth machen. Aber die Situation ist nun mal so, wie sie ist. Und da finde ich es immer noch besser. Wir überlegen uns was Schönes und geben den Leuten vielleicht ihre gewohnte Januar-Dschungel-Routine zurück, wenn auch vielleicht in etwas abgewandelter Form. Also einfach zu sagen, komm, wir machen dieses Jahr gar nichts. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich nicht Australien vermissen werde, auf jeden Fall. Ist es bei dir genauso, Sonja? Ja, natürlich. Also ich kann das eins zu eins unterschreiben, was der Daniel gesagt hat. Also es ist auch nicht so, wenn man das seit 15 oder 16 Jahren macht, dass man dann sagt, jetzt mal ohne. Nee, das gehört einfach zum Jahr dazu. Vor allen Dingen dann auch ehrlich gesagt, die langen Tage, also langen Tage nicht im Sinne von Arbeitstage, aber das Licht, die Sonne, die Wärme. Das ist halt schon, ja, in Deutschland etwas dunkler und drüber und kälter. Jetzt könnt ihr ja nicht nach Australien wegen Corona, wegen der Pandemie und all der Einschränkungen. Der ein oder andere mag vielleicht sagen, was davon lasst ihr euch abhalten, aber so einfach ist es nicht, ne? Die Situation ist nun mal so, wie sie ist. Wir können aktuell nicht mit dem gewohnten Team nach Australien fliegen. Das würde diverse Quarantäneauflagen nach sich ziehen. Das wäre ein sehr komplizierter Akt und wäre natürlich auch, glaube ich, auch schwierig, überhaupt so ein großes Team aus Deutschland zusammenzubekommen, die eben sagen, sie fliegen in der jetzigen Situation nach Australien, gehen da zwei Wochen in Quarantäne in ein Hotel, um dann anschließend eine Show zu machen, um dann nach Deutschland zu fliegen und eventuell wieder in Quarantäne zu müssen. Das ist natürlich nichts, was man irgendwem zumuten kann und letztlich ist es natürlich auch noch so, jenseits der Probleme, die das mit der Quarantäne nach sich bringen würde, ist es natürlich auch ein gesundheitliches Risiko für die Leute, die das machen. Und insofern ist es absolut nachvollziehbar, dass wir, genauso wie es ja die Kollegen aus England auch machen, dieses Jahr nicht nach Australien können. Aber das ist halt nun mal so, wie es ist und damit müssen wir uns arrangieren. Das ist ja nicht die einzige Fernsehsendung, die von Einschränkungen betroffen ist, aber wir haben ja ehrlich gesagt immer noch die Luxussituation, dass wir Fernsehsendungen machen können. Also nicht nur jetzt wir beide vor der Kamera, für uns ist es natürlich auch wichtig, ist ja schließlich auch unser Job, aber da hängen natürlich auch viele Jobs dran für Leute, die beim Fernsehen arbeiten, die man eben nicht sieht, wenn man den Fernseher anmacht. Und gerade für die, die jetzt unarrogant gesprochen vielleicht auch nochmal in einer anderen Gehaltsklasse rangieren als wir, ist es natürlich sehr wichtig, dass diese Jobs stattfinden, dass diese Sendungen stattfinden, dass die Leute Geld verdienen können und es uns somit schon besser geht als ganz vielen Leuten aktuell, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der Welt, die eben aktuell kein Geld verdienen können und die aktuell von diesen Maßnahmen härter getroffen sind, als wir beide das jetzt in persona sind. Und dass dann eben das Team, was diese Fernsehsendung produzieren kann, auch ist. Dazu hat es den Vorteil, dass ich schon glaube, dass es viele Leute gibt im Januar, die zu Hause sitzen und sagen, ach jetzt so gar kein Dschungel, wäre irgendwie auch schade. Und da ist das natürlich eine schöne, willkommene Abwechslung. Und natürlich, da kann man sich drauf verlassen, werden wir uns alle Mühe geben, dass das eine erfolgreiche und vor allen Dingen unterhaltsame und tolle Sendung wird. Da werden wir alles für geben, so wie wir das jedes Jahr in Australien auch geben. Aber natürlich ist das eine harte Sache, auch für uns. Wahre Worte. Umso wichtiger, dass wir alle ein bisschen Spaß haben. Was wird an eurer Dschungelshow am meisten Spaß machen? Dr. Boss! Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Ich glaube, da freut sich fast jeder am meisten drauf. Weil das ist, ich finde der, glaube ich, wenn der reinkommt, das ist das meiste Dschungelfeeling von allen. Endlich ein echter Promi am Set. Ja, genau. Der wollte auch freiwillig kommen oder musste den ein bisschen nötigen? Ja, ich glaube, es gibt jetzt grundsätzlich nicht wahnsinnig viele Australier, die im Januar davon träumen, mal nach Deutschland zu fliegen. Also ich glaube, die finden es da eigentlich auch ganz schön, wenn da Sommer ist. Aber der Dr. Bob ist ja ein allseits interessierter, weitgereister Mann. Der war ja nicht nur zum ersten Mal hier, weil wir haben ja vor Jahren, 2016, den Sommerdschungel gemacht. Da war er ja auch mit hier. Insofern, ach, der freut sich bestimmt. Und es ist ja auch immer sehr, sehr nett mit ihm. Die Dschungelshow kommt mit Dr. Bob und Sonja und Daniel und euch ab Freitag bei RTL. Tschüss und danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.